Heute habe ich ein Gadget für alle Computerfreaks unter euch. Nein, das hier ist nicht das Gadget. Zumindest nicht direkt. Das Gadget ist dieses hier. Es nennt sich USB-K-Presslight und kostet 14,95 Euro. Was genau das Ganze kann, das erfahrt ihr jetzt. Vorher schauen wir uns aber noch kurz die Verpackung an. Na klar, das eigentliche Gadget wird auch mitgeliefert. Außerdem mit einem USB-Kabel. Damit kann man das Gadget später betreiben. Aber was kann das USB-K-Presslight eigentlich? Sobald man das Ganze an den Computer bzw. an ein USB-Netzteil angeschlossen hat und das Gadget, naja, betätigt, so fängt es auch schon an zu leuchten. Ja, das Gadget ist eine Lampe. Und das funktioniert sogar sehr gut. Na klar, es ist keine professionelle Studielampe oder ähnliches. Aber als Leselampe bzw. zum Camping finde ich dieses Gadget ideal. Apropos Camping. Wenn gerade mal keine Steckdose bzw. kein USB-Anschluss vorhanden ist, so lässt sich das Gadget auch mit Batterien betreiben. Das USB-K-Presslight. Insgesamt eine ziemlich witzige GD. Die Lampe sieht nicht nur gut aus, sondern funktioniert sogar. Leider könnte die Verarbeitung ein wenig besser sein. Ansonsten konnte mich die Leuchtfunktion aber sehr überzeugen. Ich finde, die Lampe ist ideal für Campingurlaub gedacht, da sie klein und komfortabel ist. Wenn mal kein USB-Anschluss dabei ist, lässt sich die Lampe außerdem per Batterien betreiben. Für 14,95 Euro erhält man eine kleine, komfortable Lampe. Ich bin sehr überzeugt von dem Gadget und kann es nur weiter empfehlen.